Vor sieben Jahren war Roberts Leben auf den Kopf gestellt worden. Inmitten des Chaos des Umzugs war Che-Bong verschwunden. Robert hatte unermüdlich gesucht und die Nachbarschaft mit Katze vermisst, Flyern übersät, aber mit der Zeit und ohne Anzeichen seines gefiederten Begleiters akzeptierte er widerwillig die herzzerreißende Realität. Aber jetzt, nach all diesen Jahren, hatte das Schicksal eingegriffen. Der Anruf war von einer unbekannten Nummer gekommen und als Robert abnahm, informierte ihn eine Stimme, dass Che-Bong gefunden worden war. Unglaube überkam ihn, eine Mischung aus Hoffnung und Zweifel kämpfte in seinem Herzen. Die Frau am Telefon erklärte, wie sie eine schwächlich aussehende Katze am Straßenrand bemerkt hatte. Trotz ihrer eigenen Gleichgültigkeit gegenüber Tieren regte sich etwas in ihr und trieb sie an, dem Geschöpf zu helfen. Sie hatte ihn zum Tierarzt gebracht, wo sie einen Mikrochip entdeckten, der seine wahre Identität preisgab. Roberts Herz raste, als er die Details aufnahm. Che-Bong war 19 Jahre alt, ein Zeugnis seiner Widerstandsfähigkeit und Überlebensinstinkte. Tränen stiegen in Roberts Augen, als er der Frau lauschte, die seinen lange verlorenen Gefährten beschrieb. Che-Bong mochte schmutzig und abgemagert sein, aber er hatte keine bedeutenden Gesundheitsprobleme. Ohne einen Moment zu verschwenden, packte Robert eine Tasche. Seine Hände zitterten vor einer Mischung aus Aufregung und Bangen. Er buchte einen Flug zurück nach Los Angeles, entschlossen, sich mit seinem treuen Freund wieder zu vereinen. Als er die Tierarztpraxis erreichte, konnte sich Robert kaum beherrschen. Seine Augen durchsuchten den Raum, bis sie auf einer Kiste in der Ecke ruten. Drinnen sah er ein vertrautes Paar Augen, das ihn anstarrte. Che-Bong, einmal verloren, jetzt aber gefunden. Der Tierarzt öffnete die Kiste und ermöglichte es Robert, hineinzugreifen und seinen lange verlorenen Freund zu wiegen. Che-Bong, schwach und zerbrechlich, kletterte heraus und kuschelte sich in Roberts Arme. Der Mann spürte die Wärme seines Gefährten gegen seine Brust. Ein Gefühl, nach dem er während der einsamen Jahre sehnte. Tränen strömten über Roberts Gesicht, als er Che-Bong festhielt, unfähig die Emotionen zu kontrollieren, die ihn überwältigten. Che-Bong, der die Liebe und Erleichterung seines Besitzers spürte, klammerte sich mit seinen Pfoten an Roberts Schulter, als würde er bekräftigen, dass er endlich zu Hause war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.